Hier sehen Sie das Apartment von Helene Fischer. Im obersten Stock wohnt sie, doppelstöckig, direkt hinter der Philharmonika, hier im Hafensittl, direkt auf. Sie sieht dann jeden Tag alle Schiffe. Hier seht ihr dann die ganzen Schiffe. Grüß Gott, ich bin der Hubert. Ich wünsche euch viel Spaß. Wir machen noch sehr viele Filme hier auf der Mainstelle 5. Unten auf Gefällt mir drücken und dann seht ihr alle weiteren Filme. Bis dann. Ciao.